Mein Name ist Andreas Buhl, ich bin General Manager hier am Standort in Assamstadt. Die Firma Magna ist ein großer globaler Automobilzulieferer. Wir sind unter anderem im Bereich der Sichtsysteme tätig und speziell hier am Standort haben wir die Kernkompetenz der Außenspiegel. Wir fertigen Außenspiegel für mehrere Premium-OEM-Hersteller. Mein Name ist Anita Kupinja, ich bin am Standort Assamstadt die stellvertretende Geschäftsführerin, bin zuständig für alle operativen Bereiche inklusive der Logistik. Der Wandel in der Logistik ist sehr schnell, wir müssen uns immer wieder den neuen Herausforderungen stellen, haben natürlich unsere internen Prozesse analysiert, Kosten analysiert und haben gemerkt, im Bereich Logistik der Supply Chain gibt es sehr viel Handlungsbedarf und haben uns das als neue Herausforderung angenommen. Der zunehmende globale Wettbewerb hat es für uns unabdingbar gemacht, dass wir uns kontinuierlich weiterentwickeln und uns mit neuen Systemen auseinandersetzen, die uns zum einen zu unserem Kunden hin eine höhere Flexibilität erlaubt, aber auch hier am Standort die Wertschöpfungstiefe erhöht. Damit können wir eine weitere langfristige Standortsicherheit gewährleisten und sind weiterhin ein attraktiver Anbieter unserer Kunden. Nach der Analyse der Teile, der Vielfalt, der Mengen, war ziemlich schnell klar, dass wir ohne eine automatisierte Lösung die neuen Herausforderungen nicht realisieren können. KNAPP hat uns überzeugt, durch die Kombination der Möglichkeiten, auch vom Regalsystem über die Open Shuttles die Versorgung der Linien und des Lagers sicherzustellen, und ebenso die modulare Erweiterungsmöglichkeit, die Flexibilität, die sich daraus ergibt. Mit dem neuen Shuttle-Lager haben wir es geschafft, die GIS-Lieferungen zu unseren Endkunden zu implementieren, die im Vorfeld über den externen Dienstleister gelaufen sind. Durch die neue Anlage haben wir es geschafft, unsere Bestände zu halbieren. Wir haben es ebenso geschafft, als schneller, flexibler, auf alle Kundenbedarfe zu reagieren. Und die generelle Abwicklung ist einfacher, schneller, flexibler und visueller auch für die Mitarbeiter. Innerhalb eines Jahres, von der Vertrags- und Unterzeichnung bis letztendlich zur Implementierung, das ist dann Go-Live, haben wir es geschafft, in der geforderten Zeitschiene das Projekt umzusetzen. Wir hatten hier ein sehr anspruchsvolles und komplexes Projekt, in dem wir mit einem sehr partnerschaftlichen Lieferanten auf Augenhöhe ein sehr erfolgreiches Projekt umsetzen konnten. Wir konnten hier eben nachhaltig einen Prozess installieren, der uns langfristige Perspektive ermöglicht und auch eine Position am Markt langfristig sichern kann. Wir konnten in diesem Zusammenhang die Wertschöpfungstiefe erhöhen, die Flexibilität verbessern und damit einen Mehrwert für unseren Kunden bieten. www.merlin.org